So, und irgendwo hier ist jetzt ein Speicherpunkt. Ich geh mal davor aus, dass es links ist, ja. Weil da unten geht's weiter. Glaube ich zumindest. Da sind wir hier um die Ecke. Da geht's auch noch hin. Haben wir wieder was zu lesen? Gib mir das. Notiz von Myra. Mein lieber Sebastian. Wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist der Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir so verheimlicht habe, aber das war nur zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Ich habe dem Brief eine Kopie meiner Aufzeichnungen beigefügt. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst, aber falls doch, liegt es an dir zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte tue es für Lily und für mich. In ewiger Liebe, Myra. Okay. Am Ende ist die Krankenschwester, diese Myra, ne? Warte, stopp. Liegt da nicht. Ich dachte schon, der Wasserhahn wäre eine Statue. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Sie will, dass ich mein Gel benutze. Kann ich machen. Wenn du das willst. Dann mache ich das mal. Ja, das geht nicht. Das war mir klar. Ja, nee. Nee. Nee, ach, ich wollte... Nee. Ich wollte nicht ganz raus. Und nur aus dem Reiter raus. Granaten könnte ich zwar mehr mitnehmen, da hinten hätte noch eine gelegen, ne? Den Explosiv kostet so viel. Fitness, Lebensansage, naja, Spritzenwirkung habe ich voll geskillt. Shotgun kann ich nicht upgraden. Ja, dann würde ich fast noch eine Granate mitnehmen, ne? Noch mal mehr Streichhölzer eventuell. Und vielleicht doch Spritzen, wenn ich schon hier bin. Ja. Und Fitness, kann ich noch irgendwie Gesundheit? Ja, gar nicht Gesundheit, wenn ich schon hier bin. Das hat mich sogar gleich gehalten. Na, guck an. War doch hier angenehm. Okay. Ah, nee, Speichern. Ach, und ich habe den Schlüssel bekommen. Genau, den Schlüssel muss ich auch noch reinlösen. Ja. Nehmen wir das hier. Gel. Noch mehr, ja? 7000 Gel. Wow. Da kann ich ja direkt noch einmal. Aber das hebe ich mal auf. Weil wenn ich, wenn ich, äh, geschwächt, hier hinkomme, dann kann ich meine Gesundheit upgraden und ich bin faul gehailt. Dieser Trick. Und mein Twitch-Chat ist abgeschwächt. Das heißt, ich kann leider nicht mehr lesen, was da jetzt geschrieben wird. Toll. Großartig. Mal gucken, ob ich das eben neu laden kann. Sekunde. Ja. Okay. So, dann hole ich mir mal meine Granate. Ich sehe nichts. Wo lag die denn? War die hier? Hier war die, ja. Oh, und ein Fragment. Das hätte ich fast übersehen. Ich hatte ein Fragment 26. Na, lass mich. Oh, und ein Medikid. Das hätte ich auch. Ja, Jesus. Na gut, dann könnte ich trotzdem immer noch entweder da runter. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da weiter geht. Da gibt's Gale. Ja, da geht's weiter. Ciao, ciao. Was soll denn das jetzt? Ich hab doch, ich kann nicht aufhören zu zielen. Das ist doch... Oder klemmt ne Taste oder sowas, oder? Ne? Ich hab grad absolut... Keine Ahnung. Ja, okay. Na ja. Spielen neu laden. Ich kann nicht aufhören zu zielen. Tut mir leid, aber... Habe ich ja zum Glück gerade erst gespeichert. Ne. Ich hole mir zuerst das ganze Zeug, weil sonst vergesse ich's wieder. Kenn mich da, ja. Meins? Hier lag noch was irgendwo. Ja. Streichhölzer und Granate und... Das Kartenfragment. So, und dann will ich... Zu dem Typen rein. Oh. Hat er mich gesehen? Kann ich die Minen abschießen? Jo. Professionelles Entschärfen? So, ist ja noch was? Ja. Noch mehr Gel. Was? Aber weißt du was, dann geh ich nochmal ganz kurz hier speichern, damit ich den ganzen Mist nicht nochmal einsammeln muss. Baut er nur einen kurzen Moment. Sie wurden erwartet. Was? Was? Warte, hier gibt's. Ivan vermisst Ivan Diaz. Der freie Journalist kehrte von seinen Recherchen für einen Artikel nicht zurück. Seine Kamera und sein Notizbuch wurde in Elk River gefunden. Aha. Wo bin ich jetzt? Hallo? Ah, hier. Na komm, wir schreiben gleich das hier. Passt schon. Danke. Wieder raus. Dacht schon, jetzt will er sich selbst erschießen. Sieht so aus, als würde er sich an den Kopf setzen. Dein Revolver. Somm-Bomb. So, du stehst doch auf, ne? Das hat man doch vorhin gerade. Na komm, dreh dich um. Ja, genau. Und jetzt umdrehen. Perfekt. Guck, da ist einer angenagelt. Was? Guten Tag. War das ausreichend? Ach, komm. Das war nicht ausreichend. Moment. Okay, ich glaube, er ist tot. Das war ja knapp jetzt. Mehr Gehirne. Tausend. Das ist gar nicht so schlecht. Habe ich noch so einen... Das will ich herstellen. Genau, so einen Kältebolzen will ich haben. Für weitere solche Spinner hier. Das ist mit dir verkehrt. Ups. Du lebst ja noch. Gäste was? Kannste haben. Bist du gleich nochmal angetackert hier. Tschau. Die kann ich nicht mehr nehmen, ne? Den Bolzen nehmen. Jetzt habe ich das leider in die Luft gejagt. Unnötigerweise. War zwar meine Absicht, aber ich habe nicht dann gedacht, die zwei Bombenteile wären schon ganz nett gewesen. Hallo? Oh. Nett. Und da schleichen noch mehrere Typen auch rum, zusätzlich dazu. Aber ich könnte ganz fies sein. Die heilen will ich mich jetzt nicht. Ein schöner Schuss in den Kopf müsste doch eigentlich reichen für ihn, oder? Das hast du ganz toll gemacht. Du Idiot. Jesus Christ. Moin! Tot! Na, das habe ich ja gut hinbekommen. Feuerbolzen, Feuerbolzen. Nope. Hör auf damit. Nein, 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 nein. Ah, das war Fail. Das war Fail. Aua. Aua. Hörst du auf. Ah, schöner Schuss. Muss man ihm lassen, ne? Ach, nee. Nee, nee, nee. Wie eigentlich? Scharfschützengewehr, genau. Warten, bis er sich umdreht und dann will ich ihm ins Gesicht schießen. Obwohl, das kann ich von hier auch schon, ne? Na, jetzt ist es spät. Jetzt dreht er sich wieder um. Marnition. Birne. Nachladen. Ach man, wirklich Du wirst mich ja wohl verarschen hier, oder? Moin Servus Aua Verreckt Ja, du wirst es auch wissen, ne? Hier, ins Gesicht Ups, daneben In die Brust Dankeschön Oh, du flebst noch, brenn So, dann etwa das hier mal geklärt, ne? Gehirne Mehr Gehirne Noch mehr davon